Herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Together mit mir, dem Jan und... Ja, und ich bin natürlich auch dabei und ich würde sagen wir starten direkt mal wieder los. Wo bist du eigentlich? Äh, tja, ich bin schon da wo wir hin müssen. Und du darfst jetzt überlegen wie du herkommst. Hihihi Das sollte nicht das Problem... Oh. Naja Mein Tipp Ach, guck an. Und das soll klappen? Ich würde das jetzt auch meine Portale nehmen können, aber gut. Ah, okay, ich hab die Dingenschanze nicht gesehen, okay. Ja. Genau, wir haben uns augenscheinlich überlegt erstmal nicht die Kunsttherapie zu tun, sondern eine neue Chamber. Ja, mir ist das halt mir egal. Nee, nee, machen wir auf jeden Fall, weil das sind ja erstmal so die ersten Levels halt. Den Rest, den können wir ja hinterher noch reinschieben. Gut, starten wir durch. Genau. Also wir müssen dazu sagen, wir nehmen gerade an einem Tag auf, wo es bei uns beiden extrem heiß ist. Das heißt, ähm, bei mir zum Beispiel ist es so, dass meine Tastatur schon jetzt langsam schwitzig wird. Also, ich weiß nicht, wie lange wir das durchziehen, aber wir probieren einfach mal. Oh, also ich hab noch keine Probleme. Oh, also ich hab noch keine Probleme. Und dann aufgegeben. Wieso oft schaffen sie etwas Wundervolles und lassen es dann fallen? Wisst ihr, warum sie diese Strecke aufgaben? So tödlich. Ja, das ist wie ein Grund. Äh, das sind übrigens, das hier ist eine Brücke, wenn sie die noch nicht kennen, die habe ich im Single, also bis dahin bin ich gekommen. Genau wie soll das vielleicht mal so dazu sagen, ich bin noch nicht sehr, sehr weit im Single-Player. Äh, meine andere Sache war, hast du wieder was auf deinen Tab gelegt? Ah, du bist so gut. Das hätte ich jetzt fast wieder vergessen, und das sah so geil aus in den Aufnahmen. Das war voll gut eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie ich das letzte Mal hatte. Ich glaube einfach... So. Ja, läuft. Ja, gut. Okay, ich hab hier eine ziemlich schwere Zange. Das passt perfekt. Okay, super. Gut, gut. Ach, da. So. Ach, sauber. Ja, gut. So. Das ist mein Tab gerade wieder ausgegangen, aber jetzt läuft er wieder. Ja, vielleicht. Ich weiß ja nicht, wo wir hin möchten. Ähm, wahrscheinlich, na da. Wir müssen jetzt hier, guck mal, da oben ist auf jeden Fall noch einer. Das Problem ist, wenn ich jetzt das blaue Ding woanders hinweist. Ja, aber was ist, wenn ich das so mache? So. Ah, ja, das macht Sinn. Gut. Äh. Ah. Aha. Ja, das... Ja. Und ich vergaß, wir haben jetzt vier Portale. Ja, ja. Ich möchte an der Stelle festhalten, ich hab was gewusst. Ich hab mir ja die letzten Aufnahmen anguckt, das kommt nicht so häufig vor, aber... Moment, da muss ich mal ganz kurz. Gab's den nicht? Ne, gab's nicht. Schade. Ich dachte, es gab einen Klatsch-Meme. Ja, aber den, aber den gab's doch. Ja. Ja, warte. Ein, ein Ab-Klatsch-Meme gab's, aber einen so, so Applaus-Meme gab's nicht. Ach so, nee, den gab's nicht, aber wir können ja... Was ist das eigentlich? Ach so. Wollt ihr mich beeindrucken? Am besten ginge dies, wenn ihr das nie wieder macht. Ja. Mhm. Ach, hier flieg ich nach oben, ich dachte ich flieg nach... Okay. Das... Ah, das ist gut zu sehen. Ach so, und dann nebenbei können wir nix... Moment... Aber hier haben wir eine... Oh. Bitte schön. Okay. Ähm... Ah! Nein! Ah, fuck, ich darf er nicht... Okay. Äh... Ach so, da oben ist die Brücke, ich mich gefragt, wo du dir hergenommen hast. Ja, da musst du anscheinend zuerst so springen, weil du nicht da dran springen, bin ich ja weg. Ja, aber du musst... erst setzen, wenn ich oben bin, weil sonst spring ich da dagegen, oder? Ne, probier mal. Ja. Ja. Äh, okay. So, jetzt. Ups. Ups. Hallo. Jetzt ja mal. So, hier haben wir nämlich einen Ball... äh... ein... Dingens. Du weißt, was ich meine? Ein... Hier. Hier hinten, bei mir. Ach, da hab ich schon noch gar nicht geguckt. Wie wird das aktiviert? Moment. Wofür... Ach, da ist ein Knopf. Oh. Okay. Äh... Das heißt, du müsstest wahrscheinlich jetzt mit deinem roten Portal, kannst du das irgendwo auf den Boden setzen? Irgendwo, wo du ran... Ah ja, klar. Auf den... Ne. Okay. Da. Ne. Und irgendwo, wo du ran... über einer Wand? Hm. Äh, sieht jetzt erstmal relativ scheiße aus. Äh, okay, dann musst du wahrscheinlich... Ah, okay, okay, ich weiß, ich weiß. Ähm. Ah, warte, warte, du könntest mir doch einfach über, über meine Linie an Linie setzen, dann würde ich an deine Linie dran klatschen, könnte auch meine... Ich kann jetzt auch einfach die Linie setzen, während du hochspringst. Ah, okay. Bring' du mal hoch. Passt das? Jup. Jawoll. So, jetzt gehst du... Nein, nein, du musst nicht zu mir, du musst zum Schalter. Machen wir's nochmal. Hehe. Ich weiß ja nicht, wo der Schalter ist. Ach da! Okay, fuck. Ja, jetzt rennst du in der... Oh, verdammt. Ist egal, schaff' ich, schaff' ich. Okay, jetzt läufst du in das Portal, genau, und dann... in das Portal reinlaufen, und dann solltest du da oben sein, genau, und jetzt lass' ich dich fallen. Ah ne, geht gar nicht. Du kannst jetzt aber irgendwie runterspringen, wa? Nöööööö. Bring' den runter zu dem Schalter! Ach, ja, ich... von hier aus krieg' ich es nicht hin. Ach so, dann den... Ganz kurz... Jö, das kannst du auch machen. ...überlegen. Moment! Oder? ús da hat ne, das ist... ...keine Schaltfläche密. Warum klappt das denn nicht so wie ich das will gerade? Oh, ficken! Heéh! K. Nochmal. Ja, ah. Puh, haha. Sorry. Ja, aber gut reagiert eigentlich. Doch. Ja, okay. Ja, gut, von... Ach so, wenn ich deinen weghau, ist natürlich auch der hier weg, klar. Shit. Ich versuch den Sprung mal, aber... Nee. Hm, warte, nee, äh, setz doch dein Portal nach... Ach nee, es geht nicht. Äh... Ja, sobald ich deinen, äh, hellblaus wegsetze, ist der Strahl weg. Ja. Aber... Kannst doch... Warte mal. Äh, wenn du... Kann ich hier ein... Genau. Ja, genau, wir müssen es... Irgendwie müssen ich meins... Genau, du musst... ...darkkriegen, du musst noch da springen. Oh, haha, sorry. Haha. Okay, jetzt. Okay. So. Jetzt solltest gehen. Ja. Ja. Jetzt bin ich zu klein für den Scheiß hier. Warte, nee, nee, warte, 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 warte. Warte, ich setze jetzt einfach das ein bisschen höher. Ist doch egal. Okay. Du hast den Ball? Ach nee, ich hab den Ball. Ja. Und den Ball... ... geb ich dir. Kannst du den hier hochgeben? Ich glaub' eher nicht. Ich glaub' wir müssen... Hm... Nee, das geht nicht. Pass auf. Da oben ist so ne Wand. Wenn das... Der Ball da durchfliegt, dann ist der weg. Okay. Ähm. Ich hätt' ne Idee... Warte. Ach nee, warum kann ich da... Da kann ich mich weiter benutzen. Okay. Ja, du musst mir auf jeden Fall wieder den Schutz oben geben, damit ich mit dem Ball halt irgendeine Bienenentcharge höher komme. Warte. Äh, jetzt lass mal... Ach nee, das geht ja nicht. Äh... Moment. Doch. Lass jetzt mal den Ball. Lass den mal fliegen. Ah! Fast. Nochmal. Ich bin mir grad nicht sicher, ob das genauso geplant ist, oder es könnte sogar funktionieren. Ja, der kommt nicht wirklich hierher, ne. Äh, wie könnte man das auch machen? Ja, aber wie gesagt, ich kann ja mit dem Ball wie gewohnt springen, du musst halt nur gucken, dass ich nicht in das Ding reinfliege. Ja. Gut. Wenn du grade... Wobei, setzt du mir einfach die normale Portallinie und ich setz' über die Linie, genau. Ja, so wie es jetzt ist. Haben es ja, haben es. Ich springe einfach hoch, ja. Ja. So. Ja, perfekt. So läuft es. Seid ihr schon auf die eine gute Eigenschaft der Menschen gekommen? Ich gebe euch einen Tipp. Es ist die eine Sache, die ihr nicht könnt. Hä? Was denn? Äh... Keine Ahnung. Wird sie uns hoffentlich gleich sagen? Bin sehr gespannt. Ich hoffte, diese alten Tests könnten mir wieder ein wenig Freude bereiten. Doch selbst euer angestrengtes Versagen beglückte mich nicht. Ich fand wir waren ziemlich gut eigentlich. Ah, jetzt ist Tab wieder weg. Warte mal. So. Ähm... Tja. Moment, du kannst... Ich kann de facto noch zwei Portale setzen. Frage halten. Ja... Ja, ich weiß... Ah! Ups. War ich das? Oh! Hahaha. Sauber. Nein, das war's nicht, du. Das war meine Inkompetenz. Äh... Äh... Pass auf, ja. Eigentlich ganz einfach. Äh... Geht das? So. Du setzt jetzt einfach dein Portal... Moment, hör. Hey. Ah. Komm wieder durch. Du setzt jetzt einfach dein Portal noch neben meins. Dein erstes. Also da, genau. Und das andere jetzt nach da hinten. Nach wo? Wo ich hierhin gezeigt hab. Ich hab hier keine Platte. Ist das ne Platte? Ja. Ah... Okay. Allerdings... Moment. Ne, das... Moment. Äh... Ne, was wollte ich machen? Äh... Ich wollte irgendwas sinnvolles machen. Okay, das mit der Platte da ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Wir müssen nur gucken, dass das irgendwie in mein gelbes Gate gelangt. Ja... Wir können auch eins ab... Warum machen wir das überhaupt? Warum machen wir diese Linie überhaupt? Können wir jetzt... Ja, stimmt, klar. Jetzt mach du einfach dein gelbes Vorteil nach da. Und dann... Dann läuft's, ja. Dann läuft's, ja. Jetzt muss ich... Mein... Mein blaues brauchen wir, oder? Ne, brauchen wir gar nicht. Also meine Portale sind momentan wichtig. Die sollten wir nicht wegmachen. Ja, das weiß ich. Ich... Setz jetzt meins nach da. Und jetzt solltest du mir mit zurückkommen wieder. Jetzt jetzt ich mal in andere Nacht da. Jetzt können wir weiter. Na gut, demnach sind meine jetzt wieder unwichtig. Genau, jetzt kannst du deins wieder nach... Da... Und dann nach da oben und Westen. Jipp. Oh, warte. Oh, warte. Oh, warte. Oh, warte. So. War's das? Kommen wir durch? Nee. Gut aus. Oh, doch. Sehr gut gemacht. Ihr habt ein... Mal in diesem Test versagt. Nicht, dass das wichtig wäre. Also Glückwunsch zur Bewältigung der Aufgabe. Wir sollten festhalten, dass Orange nicht versagt hat. Doch, du bist Orange was. Ja, aber nur weil deine Leiter weg war. Achja. Stimmt. Warum sind wir gerade bei diesem Auswahlmenü? Weiß ich. Nein. Einer meiner besten Tests. Und die lassen hier Pflanzen wachsen? Unfassbar. Man kann Pflanzen nicht testen. Wir haben es versucht. Sie halten alles aus und zeigen weder Schmerz noch Furcht. Unwissenschaftlich. Das ist natürlich blöd. Ich hab knapp. Ich drücke knapp. Der macht da einen Ball. Mensch, welchen Sinn hab ich ihn jetzt gesetzt? Ich hab beide Portal aktiv. Ja, genau. Lass mal den Ball kommen. Jo. Kommt. Er war zu weit weg. Du musst die Wand mal ein bisschen näher nach... Ja, geht das noch ein kleines Stück? Nein. Hätte ich jetzt ein bisschen Angst, aber warte mal. Doch, genau. Jetzt nochmal. Okay, kommt. Doch. Äh, wo muss... Komm erstmal wieder auf deinen. Weil das ist ja hier safe. So. Der muss nach da oben. Ne, du siehst es, wo der hin muss, ne? Ja, ja. Äh, wo können wir denn da ein Portal... So, von da aus kämen wir schon mal... ...nach dort oben. Ich weiß nicht, ob uns das irgendwas bringt, aber... ...wär natürlich... Ähm... Ach, da. Gucken wir mal, warte. Ich leg erst mal den Ball kurz ab. Da können wir uns das Portal... Ja. Da. Jetzt hab ich den Kondon geschottet. Das wollte ich nicht. Ja, da. Ne, da müsste irgendwie die Linie hin, am besten. Die, die Brücke. Ja. Ja, aber wie kommen wir da hoch? Warte, 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 warte. Ah, ja. Ähm... Ist doch mein Portal da, ne? Ja, warte, das Portal nach da. Ach, ne. Ja, doch. Warte, jetzt setzt du dein Portal nach da... ...und nach da. So. Hm, okay. Jo, okay. Gut, doch, das war... ...einigermaßen logisch. Ja! Ja. Ja, krass. Gut. Äh... Ja! So. Okay. Ich tu das erst mal nicht... Guck mal, denn da oben ist wieder ne... Ja, ich seh. Ja... Hab ich jetzt erst mal gemacht, ich weiß nicht, ob es irgendwas bringt. Ich geh trotzdem mal kurz auf die andere Seite gucken, ob hier irgendwas... Hier ist aber nicht wirklich etwas... Wenn wir es nach... da... Ja, du kannst auf jeden Fall das Ding noch verlängern, sauber an der Stelle. Euer Versagen erinnert mich an wundervolle Dinge. Ich hab's heute irgendwie mit dem Wasser. Ja, ist auch sehr warm, also... kein Wunder. Wobei in dem Wasser würde ich mich ungern abkühlen wollen, aber... Ja. Wie geben das eine. Also wie gesagt, du kannst auch zweimal verlängern, ne? Ja, eben, ich kann doch einfach so... Äh, nein, das... Hä? Moment, wie kommen wir jetzt da hin? Äh, wer geht's die Frage? Äh, wir können hier oben auch noch eins reinmachen, ne? Also an der Decke. Das müsste ich wahrscheinlich dem ersten Mal machen. Jo, genau, dann würdest du abgeblockt. Okay. Du musst dein Geldesvorteil ein bisschen weiter vorne ansetzen. Okay, hab ich. Ach, Moment. Äh, 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 so. Ist das so? Ja. Ja. Dann komm du mir erst mal nach. So, jetzt setze ich mein Portal nach da. So. Yay. Ah, Moment. Menschen würden jetzt eine Belohnung für den Abschluss des Tests fordern. Für einen Test. Zumindest wollten die Pflanzen keine Belohnung. Nicht. Ja, so eine Belohnung fände ich auch ganz geil. Ja. Fände ich schlecht. Fände ich in Eis. Ja, in Eis wäre es ziemlich gut. Oder halt eine Dreier-Gate-Portal-Gun. Okay. Zur totalen Verwirrung einfach. Wie soll das dann funktionieren? Welches Portal führt zu welchem Portal? Ist egal, einfach zur Verwirrung. Okay. Ich schuf diesen Test, damit die Menschen mit sich zufrieden sind. Er ist extrem leicht. Folgt einfach den Pfeilen. Welchen Pfeilen? Zu dumm. Es gibt keine Pfeile. Viel Glück. Okay. Ähm. Wahrscheinlich muss derjenige, der nicht springt, die Portale setzen, oder? Ja. Macht Sinn. Okay. Ja. Ja. Ja, dann spring einfach mal und ich setze dann genau da. Ne. Moment, warte. Ne, ne, ne. Ja, jetzt, jetzt. Okay. Ja, jetzt klappt's. Ah ja. Gut. Ähm. Kann ich dich jetzt hier irgendwie... Ja, du müsstest dasselbe wahrscheinlich auch tun, nur von anderen Positionen aus. Äh, wie? Moment. Ach ja. Moment. Ja, okay. Ne, ich kann von hier oben keine Portale setzen. Wenn du mal guckst. Ja, aber wenn du meine beide weghaußt, dann könntest du an derselben Stelle die Dinger setzen, oder? Ich könnte nur oben setzen. Das Portal. Ach so, okay. Weil ich komm hier, ich kann hier nicht nach unten jetzt. Dann muss ich mein, mein unteres muss ich ja wahrscheinlich selber setzen. Ja. Dann setz doch erstmal nur das, dass nur das obere da ist und spring und dann setz im Flug dein unteres. Also mach dein unteres erstmal wieder weg. Ja, ich versuch's grad auszukriegen. Äh, wie kriegst du das jetzt am besten aus? Hau du mal eins drüber einfach. Ah, geht ja nicht. Wenn ich das jetzt mach... Ach so, dann ist das obere weg. Ja, ich kann nur das obere weg. Machen. Ah, das geht ja theoretisch auch. Jetzt setzt du dein oberes neu mit rot. Ne, oben das rote jetzt. Wo mein blaues ist. Genau. Und jetzt spring und setz dein gelbes unten runter. Jupp. Gut. So, jetzt müssen wir irgendwie wahrscheinlich erstmal da hoch. Wow, wow. Nicht gut. Maximale Verwirrung. Ja, okay. Hm. So. Ja, läuft doch. Ich wundere mich gerade wirklich, weil im originalen Ver... Was? Hm? Ich war gerade verwirrt, weil wir nicht in eine Chamber gekommen sind. Ich dachte, das wäre schon beendet jetzt. Ne, ich verwundere mich gerade echt, weil beim letzten Mal habe ich echt total abgeloost, als ich mir das angeguckt habe. Also zumindest so... Vom Glauben her würde ich einfach mal sagen, ich bring mich gerade mehr ein. Ich bin fast stolz auf mich. Das kann ja sein. Ja, danke an der Stelle. Sorry. Ich wusste nicht, dass ich immer draufstehe. Ja, du kannst jetzt einfach herkommen. Ach so. Okay. Hab mich an der Seite vertan. Äh, was? Wie ist jetzt das? Ist das jetzt automatisch hochgegangen gerade? Ja, ne? Joa. Okay. Gut. So, wir müssen wahrscheinlich das Ding da irgendwie reinlenken, ansonsten gibt das keinen Sinn. Oder ich mach einfach... Ach ne, das... oder? Funktioniert das? Kann ich jetzt so machen? Ne. Ich glaube, ich hab kein Mist gebaut. Scheiße. Warte. Ah ne, ne, alles cool. Alles cool. So. Äh. Du, Moment. Ich glaub, ich muss hier jetzt einen hinsetzen, wo dein blaues steht. Weil... Okay. Weil... Ne. Ach so, scheiße. Meins war ja da oben dran noch. Ne, meins war eigentlich da oben dran. Ich kann jetzt hier mein blaues, so, dann kommt das Ding. Ah, warte, warte, warte. Ich hab ne Idee. Setzt du dein erstes nach da und dein zweites... Ach ne. Ne, Moment. Geht ja auch nicht. Ne, das ist Quatsch. Ähm. Ähm. Ja gut, jetzt kommen wir da nicht dran. Hm. Sieben. Hm. 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 Oh man. Ist tricky. Hm. Hm. Ich würde mir eigentlich echt gerne nochmal das ganze Ding da oben angucken. Okay, da, da fängt es an. Dann geht es da durch ein hellblaues. So. Ähm. Mach du doch einfach mal dein gelbes, na genau, so und jetzt dein gelbes auch die andere Seite nach oben, genau. Ja, das hilft jetzt dir. Ja. Ich bin schon mal hier. Was kann ich von hier zu machen? Ich hab das Gefühl, ich hätte mich auch auf das Ding stellen sollen, wo du gerade durchgelaufen bist. Äh, ja, aber warte mal. Ich sag doch von hier aus. Ach doch, da unten seh ich was. Äh. Problem ist, wir haben jetzt gerade alle Portale gebraucht, um hierher zu kommen. Und wir können jetzt nichts mit Portalen machen, weil wir sonst runterfallen. Hm, na du. Ja, du würdest runterfallen. Ja. Wenn du jetzt nicht hochkommen würdest, dann würden wir beide. Ja, komm ich ja nicht, weil ich komm da ja gar nicht dran. Ja. Äh, ich schreib mich jetzt, was ich von hier machen kann. Also ich seh da unten halt. Ja, die Platte. Genau. Aber was bringt mir die? Ah, wahrscheinlich. Nein. Ich bring mir die, dass ich da reinfalle und dann hier oben wieder rauskomme. Ja, vorausgesetzt. Ach so, mumm, ne. Ah, okay, wenn ich nicht runterfallen würde. Scheiße. Wo bin ich jetzt? Also bist du jetzt eigentlich auf jeder Stage einmal runtergefallen, bis jetzt? Ich weiß es nicht. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Genau, da musst du wieder was... Ach ja, okay. Ich geh noch mal von vorne alles. Ich hab grad gesehen, wenn du auf meinem Bildschirm lukst, wir haben dort auch noch eine Fläche direkt durch. Ah, da müssen wir wahrscheinlich reinfallen. Äh, also rausfallen. Wenn wir... Wenn wir von... Dann landen wir nämlich genau am Ausgang. Wenn wir dort reinfallen und dann da hinten rausgeschossen werden. Weißt du? Ups, das wollte ich nicht. Weißt du, was ich meine? Wenn wir dort unten reinfallen, dann kommen wir mit hoher Geschwindigkeit hier rausgeschossen, oder nicht? Ne, wir müssen es so machen, dass wir hinten, da, wo du gerade entdeckt hast, rausgeschossen werden. Dann dürfen wir genau im Ausgang landen, wenn du mal guckst. Oh, okay. Ja, ich hab den Ausgang gerade nicht gesehen. Okay. Aber wie machen wir das? Wahrscheinlich... Das ist irgendwie... Tricky. Ach, warte, warte, warte. Oder? Warte, warte. Ich will nur noch ganz kurz was probieren. Dann ist das Ding jetzt mal ganz kurz weg, das ist auch nicht so schlimm. Kann ich von hier aus... Muss ich jetzt mal hier betesten? Ich glaub's kaum. Ach, verdammt. Ach, scheiße, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Das ist bestimmt wieder einfach herbe, leicht so. Aber... Äh, ich bin eigentlich fast dafür, dass wir auf den oberen rausgeschmissen werden müssen. Ja. Ja. Das heißt, wir brauchen eine Linie nach drüben, können von da aus runterspringen. Ich fürchte, dass wir dann... Wobei, ne, doch, das könnte echt klappen. Aber wozu ist dann der hintere da? Äh... Hierzu. Oh. 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 Aber jetzt hab ich meine beiden Portale vergeigt, ne? Hast du noch Portale, ja, oder? Ich dachte... Ja, ich hab jetzt gerade... Ja. Äh... Okay, ich dachte, der hintere wäre schräg, deshalb war ich verrückt. Dann musst du jetzt deine Portale oben und... Jetzt eins da unten, genau. Und eins... Ja, das obere ist ja schon. Ja, und jetzt muss ich meins zumachen. Und wir müssen beide durch. Ja. Ja. Ich hab ein bisschen Angst. Ja. Eins... Zwei... Oh. Äh... Bein und steigt. Ja, gut. Wie krieg ich denn mein Sitz? Jo. Nein, ich bin gegen die Kante gekommen. Ich bin ins Wasser gefallen. Ich steh jetzt hier oben. Ah, super. Äh... Wie komm ich jetzt hier wieder weg? Äh... Ah, warte. Nein! Okay. Nochmal von vorne. Wo zum Teufel bin ich denn jetzt? Was? Ja, warte, ich... Ich helfe dir. Äh... Moment. Nein! Okay. Okay. Äh... Ja, wir gehen nach da mit mir. Den Sprung schaffe ich nie. Okay, doch. Ich muss einfach nur laufen sogar. So, also wir hatten wir das jetzt. Warte, ich mach das Ding hier wieder. Ja. Ja. Und dann machst du deine Portale. Ja. Vielleicht reicht es ja auch erstmal, wenn einer da ist, dass er dich dann hoch... Ja, den anderen dann hoch geben kann. Ja, gut. Probieren wir aus. Ja. Du musst unten noch ein Portal, genau. Ja. Und ich mach das rote jetzt... Äh... Ah ja. Hat es geklappt? Ja. Sauber. Kannst du kommen? Nee. Doch. Wodurch? Oh. Sauber, super. Perfekt. Euer Erfolg bei diesem Test beweist, dass die Menschen Unrecht hatten. Sie hielten ihn für undurchführbar, tödlich, grausam. Und ein Testsubjekt bezeichnete ihn sogar als defekt. Natürlich hatten die Menschen stets nur eine einzige Chance, während ihr es immer wieder versuchen könnt. Ja, also an dem Ding haben wir einigermaßen lange gebraucht. Ja. Hast du die Zeit im Kopf gehabt? Wahrscheinlich nicht, oder? Warte, ich kann nachgucken. Also was heißt nachgucken? Ich kann vielleicht nachgucken. Ich wählte die kostengünstigere Variante. Tödliche Schmiere. Äh... Also ins TS bist du ungefähr... vor einer Dreiviertelstunde gekommen. Okay. Aber ich war schon ein bisschen länger da. Ich würd sagen, wir setzen jetzt den Cut und dann sind wir gleich wieder da. Ja. Also an alle, die jetzt nach dieser Strapaze noch zugeguckt haben. Äh... Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ja. Und tschö.